Hehooo, Freunde, was geht? Wir sind hier auf einer neuen Map. Die haben wir selber gebaut, eine Rennstrecke. Und zwar, wir laufen hier einmal mit Pferden durch die Rennstrecke und einmal mit Schweinen durch eine lange Rennstrecke. Mal gucken, ob uns noch etwas anderes einfällt. Aber wir haben uns gedacht, einmal mit Ponys und einmal mit Schweinchen da durch. Und einmal selbst zu Fuß. Das könnten wir auch mal probieren, ja. So, also, jetzt schnappen wir uns die Viecher hier. Erstmal mit Pferd. Okay. Also, welches möchtest du mit Pferden? Ich nehme das schwarz gepflegte. Das schwarz gepflegte, okay. Das ist aber noch zur Auswahl. Ich nehme mir, glaube ich, das Graue dann. Weil Pferde, die können ja unterschiedlich schnell sein, glaube ich, ne? Ja. Okay, ich glaube, ich habe eine schnelle. Warte, ich... Da geht das Geschummel schon los. Der ist noch mal. Ne, du hast den Schnappes. Dann habe ich ja Glück gehabt. Das ist ein Stausch. So. Drei, zwei, eins, go. Und los geht's. Oh, Scheiße. Oh, ah, ne. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich stehe hier weg. Ich habe gedacht, ich kann lieber den Zaun rüberspringen. Mann, warte mal. Ich komme hier null durch. Du bist so scheiße. Was denn? Was denn? Das hast du gebaut. Das habe ich gar nicht. So dürfen wir weiter. Aua, 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 aua. Wieso ist denn hier? Ey, da war doch... Da war doch eine Wand, die verbrannte oder was. Oh, was eine Scheiß-Rennstrecke. Los, Gas gehen hier. Da geht durch. Da kommt man nicht durch. Oh, Scheiße. Ach so, über den Zaun. Scheiße. Was kommt man denn... Doch, ich bin durch. Wieso kommst du denn jetzt durch? Aha. Win. Alter, wo bin ich? Whee! Wow. Wieso komme ich denn hier nicht durch? Du hast so einen Scheiß gebaut, wo man nicht durchkommt, ey. Nein, habe ich. Auf jeden Fall habe ich gewonnen. Und dann springst du mir so ein Trottel. So, jetzt hier. Meine... Oh, ich bin auch durch. Whee! Okay. Auf jeden Fall habe ich gewonnen. Du hast gewonnen, ja. Aber wieso fehlt dir denn da so ein Stück Mauer auf einmal? Da war noch ein Stück Mauer. Aber egal. Dann reiten wir zurück. Aber normal wäre es. Und hier ist auch irgendwie so ein kaputter Pferdestall. Und da war ein kaputtes Haar. Okay. Ich habe auch etwas gewonnen. Ich habe das hier. Und hier haben wir Wanderung. So, holen wir Ponys wieder in den Stall. Ja, aber das andere, das ist zwar weg, aber... So, und jetzt machen wir mit den Schweinen. Jetzt rennen wir mit den Schweinen. Mach, gucken, ob das besser klappt. Hier sind Karottenrufen. Okay, ich hole mir auch mal eine. Und damit kann man auch Schwein reiten. Und dann... So. Gibt es da auch Unterschiede von der Geschwindigkeit? Oder sind die alle gleich? Ach, die laufen einfach. Ich kann die gar nicht steuern. Wieso kann ich die nicht steuern? Mann, jetzt... Ach doch, warte. Ach, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Warte, ich komme zurück. Wieso bremst man denn? Auf die Plätze. Wieso bremst man denn nicht? Du brauchst den Karottenhut aus der Hand nehmen, Mann. Ach so. Die kommen uns jetzt gleich alle hinterher. Jetzt kommen sie. Ja, warte, warte, warte. Ich muss einmal kurz lenken. So. Auf drei. Eins, zwei, drei. Warte, nein, nein. Wo bin ich denn mit meinem Viech hier? Warte, ich komme, ich komme, ich komme. So, jetzt. Auf die Plätze. Los geht's, los. Wieso rennt deine Reine? Wie machst du das? Oh nein, ich bin abgestiegen. Wieso rennt deine Reine so schnell? Nein, wie cool ist es. Wie machst du das? Sag ich dir nicht! Scheiße, wie kommt man hier durch? Ach, ich bin nicht. Ach, nein. Ich nehme mit dem anderen. Das ist genauso langsam. Wieso sind meine so langsam? Wenn du nicht geil bist. Jetzt würdest du das ja auch mal sagen können, dass man hier... mit dem Knopf, wo man es baut. Ach, dann rennt er, oder was? Mann, ich komme jetzt hier aber nicht mehr weiter. Mann! Ja, ich laufe jetzt zu Fuß. Diese Pisse geht nicht. Ich laufe auch so, ich kriege dich. Ich kriege dich. Wo bist du? Da hinten. Mann! Mann! Du musst aber mit dem Schwein, du Pimmel! Mein Schwein ist abgehauen. So. Du musst mit, Schwein! Lauf! Scheiße, mit dem Schwein! Ja, komm, wollen wir denn noch mal zu Fuß? Ja, guck, wir haben jetzt noch mal Feuerländer. Wuuu! So, jetzt komm, dann lass uns noch mal zu Fuß. Das ist doch besser. Ja, zu Fuß? Ja, okay. Dann machen wir noch einen zu Fuß und dann war es dann. Also mit dem Schwein, das habe ich... Ich hätte mal erstmal üben sollen. Das ist für Heli. Warte mal hier! Hinten rennt ich schon weit von dir. Ja, dann über Eischweine! Na, wenn die Türen zu machen sollen. Oh oh. Oh oh. So. Auf die weite Linie. Ja. Auf die Plätze. Hört sich los. Klang, klang. Oh, jetzt sind die Schweine hier im Weg, du. Die Schweine. Bleib stehen! Oh, scheiße, jetzt komme ich hier ganz lange. Alter, wieso gehst du so schnell durch? Wieso kommst du so schnell da durch? Und ich bin... Ja, ich hänge hier wieder an im Honig. Wuuuuh! So, okay. Das war unsere Rennstrecke. Warte, lass uns aber gleichzeitig durchlaufen. Okay, los. Los. Yeah! Alles klar. So, Leute, das war unsere Rennstrecke erstmal. Ich hab dreimal hintereinander gewonnen. Ja, und ich hab gar nicht gewonnen. Alles klar. So, ciao, Leute. Tschüss, Nikowski! So, Leute, ich zeig euch jetzt nochmal die Strecke von oben und wir gehen los. Hier war der Anfangsgrafen, dann kam hier dieser Zaun, die Kakteen, dann kommt hier so eine Mine, dann ein Haus, dann Lava, Honigblöcke und dann ist man auch schon am Zitern. Ja, warte, 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 warte. Bei dem anderen, bei dem anderen, bei dem anderen. Bei dem anderen auch nochmal. Na, bei der Stier. Wui! Ui! Au, au, au! Ah, ciao! Tschau!